Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf PharmaRammerGrew. Heute zum nächsten Event-Fazit, nämlich dieses Mal zum Wildhüterleben. Das ist ein Event, das morgen endet und jetzt werden wir uns genauer anschauen, was man denn überhaupt machen musste. Und ja, was musste man denn machen? Es gab sozusagen nur ein Drop-Item, nämlich den Rucksack, nämlich den Pungus-Rucksack, der aus Hauptacker, Wildewiese, Waldlichtung, Barmerama aus allen drei Wiesen kam, nämlich nur aus Ställen. Ja, was musste man dann machen? Also man konnte in den Jeep einsteigen, dort kam man in den Dschungel, dann kam man ins Gebirge mit dem Helikopter und mit dem U-Boot ins Meer. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal rein in den Dschungel, fahren wir gleich mal los. Und hier sind wir im Dschungel angekommen. Man musste verschiedene Aufgaben erfüllen. Hier zum Beispiel Rucksäcke abgeben, hier musste man auch Rucksäcke abgeben. Verschiedene Affen und so weiter. Also alle möglichen Sachen und man hat eine super Belohnung bekommen. Hier musste man zum Beispiel jetzt nur ein, ja, hier noch Papagei fiedern. Aber sonst war es ganz easy. Hier hat man die Wolkenreihe bekommen. Ja, dann kann man entweder ins Hauptquartier oder ins Gebirge. Ich gehe jetzt über das Hauptquartier, dann steigen wir in den Helikopter ein, steigt der Helikopter auf. Dann kommen wir ins Gebirge. Dort das gleiche Spiel auch wieder. Hier, dort musste man, hier kann ich zum Beispiel noch 25 Superdinger holen. Das mache ich jetzt gleich mal. Sonst habe ich ja wirklich alles. Ja, Jagd musste man abgeben. Rucksäcke, verschiedene auch. Und hier hat man einen Gebsensstall bekommen. Könnte ich jetzt noch holen, werde ich aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr holen. Also ich hole noch das Zuchttier. Hier hat man noch meinen Chinchilla-Bau bekommen. Hier ein Falkenhorst. Das ist auf jeden Fall mega coole Sachen. Dann gehen wir wieder zurück ins Hauptquartier und steigen unter das Wasser. Und hier gab es dann nochmal ein paar Belohnungen. Ein paar Handwerksprodukte. Hier gab es ein Alvacarium und ein Mantarochenbecken. Sehr, sehr geil. Und dann noch ein Item. Ja, und wenn man dann alles abgeschlossen hat, hat man drei Items bekommen insgesamt. Und eine Wolkenreihe, die wir uns jetzt gleich auch anschauen werden. Jetzt schauen wir uns aber erst mal die Sticker an. Habe ich alles schon vorbereitet. Einmal den Helikopter für das Erreichen. Dann haben wir hier den Sticker Nummer 2, nämlich das U-Boot. Und zu guter Letzt der Jeep. Finde ich auf jeden Fall sehr geil. Die Sticker gefallen mir sehr, sehr gut. Dann gehen wir gleich mal rüber in die Wolkenreihe. Und hier oben haben wir die Wildhüter Lebenranke. Sie bringt einen Bonus von, weiß ich gar nicht mehr, was für ein IP-Mall-Level und Barmer-IP-Mall-Level. Aber im Moment bringt es bei mir 305.200 und einen Bonus von 656.600 Tropen-IP. Also das ist nicht schlecht. Eine Zucht-Tipp-Box noch. Und dann noch eine Moose-Penny-Box. Alle 42 Stunden. Also darf man überhaupt nicht meckern. Also ich bin mega zufrieden mit dieser Ranke. Die Items sind eigentlich auch ganz cool. Zumindest die beiden. Selfie-Shake und Unterwasserschatz. Das Item finde ich. Der Gipfelstimmer gefällt mir jetzt irgendwie nicht so ganz. Aber trotzdem ganz cool. Der Wolkenreiz holen natürlich wie immer. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal rüber zur Bewertung. Ich gehe ins Hauptquartier am besten. So. Dann bewerten wir auf jeden Fall den Event-Aufbau. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gebe ich 9 Punkte. Kann auf jeden Fall öfter sowas kommen. Der Aufbau war auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Dann Events-Digger. Gebe ich ebenfalls 9 Punkte. War von jedem etwas dabei. Selfie-Schake. 8 Punkte. Unterwasserschatz fand ich am besten. 10 Punkte. Findiger Gipfelstimmer gefiel mir nicht so ganz. 6 Punkte. Eine Wolkenreihe. 9 Punkte. Und Nebenbelungen ebenfalls. 9 Punkte. Weil es halt wirklich ein Aal-Aquarium gab. Es gab einen Mantarochen. Es gab einen Gemsestall. Es gab einen Falkenhaus. Der ist jetzt nicht so besonders. Aber immerhin. Und ein Gene-Chila-Baum. Und es gab noch super Dünger. Turbo-Dünger. EP. Moos-Penny. Alles Mögliche. Auf jeden Fall. Kommen wir dann auf eine Punktzahl. Von genau 60 Punkten. Das ergibt eine Note 2. Das ist auf jeden Fall ganz okay. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dieses Event. Auch wenn es nur Trop dieses Mal war. Aber das ist auch mal ein bisschen gut. Jetzt könnte man mal ein bisschen Ställe draußen haben. Lager ein bisschen füllen. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Könnte auf jeden Fall öfters kommen, dass nur Trop rauskommt. Da kann man mal selber entscheiden, ob man jetzt mal ein paar Bäume raustun. Ein paar Ställe. Kamen zwar jetzt nur Stellen dieser Trop. Aber man kann auch mal machen, dass es nur aus, sozusagen, nur aus Bäumen kommt. Ja. Schreibt auf jeden Fall mal eure Meinung zu diesem Event gerne in die Kommentare. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Auf Wiedersehen.